und hiermit herzlichen willkommen zurück zu super mario bros wonder im reich darunter was werden wir jetzt nach den secret level exit suchen um das level rechts freizuschalten habe ich gerade secret level exit gesagt naja mal gucken ob ich es finde ich muss einfach mal mit Da hätte ich das geahnt, dass das passiert. No. Toll, jetzt habe ich mein Item nicht mehr. Wer sagt mir das? Dankeschön. Nein, du bleibst schön hier. Okay. Oh, du bist ja clever. Oh, Dankeschön. Habe ich ein Secret Exit gefunden? No. Ich komme mich da jetzt nicht mehr hoch. Warte, ich komme auch nicht mehr zurück. Naja, geht ja nur darum, da ein Secret Exit jetzt mal kurz freizuschalten. Sollte ist doch bestimmt ein... Guck mal, alles mit einem grünen Häkchen. Also... Seht in den Sinne, das Erreichen des 100% ist nicht... Abzeichnet der Schwäbe Pirate 2. Ah, okay. Das kann ja was werden. Du kannst es. Ah! 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 Ah, so. Okay, haben wir geschafft. Oh, das ist einfach, dass du die erste Münze bist. Ja, du bist die erste Münze. Okay, das war ein bisschen blöd. Oh, das ist ja ein bisschen tricky. Okay, das ist ja ein bisschen blöd. Nein, nein, ich habe mich nicht verstanden. 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 Nein, oh Mann, ich mag das nicht, weil ich Schwierigkeitsstufe 3 habe, das ist wirklich ein bisschen frustrierend, wenn ich wirklich jetzt schon drück mal einsammeln muss. So, geschafft, einfach mal kurz aufregen. Äh, nein, danke. Ich behalte lieber meine Sensor. Augen auf, in der Glutrako-Ruine. Wie sieht eigentlich die Karte aus? Da rechts gibt es den Shop. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Augen auf, okay. Augen auf, okay. Ah, verdammt, Kakao war. Augen auf, okay. 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 Hm, midst. Der ist nicht mehr was. Ich muss eigentlich diesen aktivieren. Aber ich brauche meinen Dingebuss. Wunderschön. 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 Das kommt man einfach mit dem Gegner raus. Okay. Ich kann hier zum Beispiel schon mal rein. Ich habe einen Mann. Ähm. Ja, gut. Aber es war die zweite Münze. Also ich bin schon mal richtig hier. Warte mal. Ah gut. Wollte schon mal sagen. Wollte schon mal. Wollte schon mal. Ja, ich versuch mal, was das so. Ja, ich hab wieder mein Item. Wollte schon mal. Ja, ich muss eigentlich ein bisschen Geduld haben. Ich muss sie eigentlich nur unshuggern. Wollte schon mal. Oh So. Ja, you did it. So, und jetzt nur die Münze. Ja, aber wo ist denn die Letzte? Oh, Mensch. Nein, jetzt muss ich... Das ist das für sich 100%. Das ist so blöd. Da muss ich jetzt noch mal zurück. Ich möchte schon die Letzte auf 100% machen. Bin ich denn hier jetzt schon am Job? Ja. Sag mal mit dem Münzenmagnet, Abzeichen Münzen hier im Angebot. Sei unser Kunde, blühe auf. Ach, warum nicht? So. Ich möchte per Neu, Seifen, Blasen, Toilette. Ich habe immer was Neues zu kriegen, ist auch immer ein bisschen ätzend. Stache Kugel, Mario. Luigi geduckt. Nochmal geduckt. Kriege ich auch mal wieder was Neues? Bitte. Abbitte. Ja, ein roter Stachelkugel, Yoshi. Und ich möchte noch die 85 vollkriegen. Yes, Feuer, Peach. So, dann würde ich mal tatsächlich mal jetzt den Abzeichen dran machen. Boah, ich frage mich, wo dritte Blume ist. Oh Gott, das ist der Boomer's sein. Nein, 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 nein. Oh Mensch, ich hasse euch aber. Spaß. Oh. Okay, zumindest weiß ich jetzt da, wo ich da rauskomme. Ja, aber wo ist denn die letzte Münze? Da ist wieder das Drehtal. Moment. Okay. Und dafür, dass man das bei habt Und dafür, dass man das bei habt so so wunderbar das ist jetzt auch von der prozent so was ist denn hier unten und höhle der kreisenden flammen und schwierigkeit stufe 4 und dann machen wir heute noch das abzeichen abschluss wunderschön die pflanze ok so schäber das ist gar nicht nein danke gut dann würde ich mal sagen machen in der nächsten folge mit der höhlen der kreisenden flammen weiter und dann sage ich jetzt an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei let's play super mario pros wonder bis dahin tschüdelü